Ja stimmt ja, ich höre ja kaum zu, ne? Hab ich auch öfters mal erwähnt. Ja. Ach ne, jetzt ist mir der Motor abgeraucht. Öh, soll ich den Backup wie schon? Aber irgendwie kann ich dir das nicht vorstellen. So, eingeparkt. Und dadurch, dass es verspätet ist, trage ich das jetzt auch mal nicht ein, ja? Weil ich kann ja nix dafür. Wenn wir mal so lange weg sind. Du bist ja links, ne? B rechts und dann links und dann wieder links. Verarsch mich nicht! Ist so, aus dem Ding raus rechts, eine Ampel links und die nächste Ampel wieder links. Oh Mann ey! Die Dance-Straße da drauf. Warum? Ja warte, ich komm gleich. Ich bin nicht extra anders. Ich erscheine bitte. Ja. Ja, ähm, ja. Ich erscheine gleich. Moment. Hast du heimlich, äh, einen Stream von Damien oder was geguckt? Ne, warum? Der hat nämlich das gleiche gestern gesagt. Ich soll erscheinen und nicht kommen. Weil wir das auch mal so sagen. Ja. Ja, ich glaub, das werd ich mir jetzt auch angewöhnen. Was, dass du erscheinst und anstatt bekommst? Ja. Okay. Bist du schon auf der Autobahn? Was für ne Autobahn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich fahr ja schon wieder bei der Autobahn. Äh, ich hab doch gesagt rechts, links und dann wieder links. Ich fahr Landstraße. Warte mal. Wenn ich von der Dingens hier rechts raus fahre. Wenn ich von der Dingens hier rechts raus fahre. Rechts. Da bist du auf ne Ampel. Ich fahr rechts, dann wieder links und dann wieder rechts, ne? Das wäre genau die Autobahn. Oh, super ey. Ich hab gesagt rechts, links und nochmal links. Ich könnt schwören, du hast rechts gesagt. Ja, so hörst du mir zu. Na ja, stimmt ja, ich höre ja kaum zu, ne? Hab ich auch öfters mal erwähnt. Ja. Ach ne, jetzt ist mir der Motor abgeraucht. So, jetzt. Ich bin gerollt und der ist dann abgesoffen. Finde ich super. Ja. Du musst einfach nur Richtung Viliens fahren. Ah ja, da steht's ja schon. Du müsstest mich ja locker einholen. Fährst du die ganze Zeit oder was? Ja. Voll der Kanne oder wie? Ja. Du bist ein Arschloch. Weißt du das? Naja, ich muss dich ja ein bisschen ärgern. Ja, nach dem Firmengelände, wohin? Rechts, links? Firmengelände. Das Akris oder wie das heißt da hier? Hä? Warte mal, Luik und Lille kann ich fahren. Und Rotterdam. Na immer nach Lille. Lille, ne? Ja. Ja, das ist bei mir rechts. Ja. Ich muss jetzt Richtung Lille fahren. Genau, auf ne Landstraße. Ja, fahr ich auch noch jetzt. So, jetzt bin ich hier mal in Frankreich. Der ist abgehauen. Der Ulle, der ist abgehauen. Du hast gesagt, du hast ihn weggebracht. Da hab ich mir gesagt, du fährst langsam vor. Du hast gesagt, du fährst langsam vor. Dann hab ich mir gedacht. Dann hab ich mir gesagt, wo ich langgefahren bin. Aber du wusstest ja nicht, dass du gerade ausfährst. Und ich wusste ja nicht, dass der Ulle abhaut. Ja, geil. Drei Prozent. Ja, komm, ich hab 32 Prozent. Das hat keiner gesehen. Das schneide ich auch raus, ne? Ulle? Ja? Du musst mich erinnern, dass ich ein paar Sachen rausschneide, ne? Ich muss ein paar Sachen rausschneiden. Ja, danke. Oh, ich bin in Calais. Ne, bin ich nicht. Aber ich bin schon mal an Lil vorbeigefahren. Alter, ich seh hier nix. Ja, mach doch K. Ja, hab ich gerade. Ja, dann siehst du doch genug. Oh scheiße, 170 kmh. Und ne Kuffe, Kuffe, Kuffe. Ja. Schön. Habe es noch geschafft. Nun, wie viel Prozent? Äh, drei. Immer noch. Ich hab ja gesagt. Ich hab's ja geschafft. Ich bin jetzt in Lille. Schon? Ja. Ja, da musst du... Du bist kein Zentralfahrer nach rechts. Also L-I-L-L-E, ne? Ja. Gibt nur ein Lil. Es gibt Liege auch. Du bist doch niemals in Lille. Also... Doch. Die Zuschauer können's bei mir dann auf YouTube sehen. Gibt ja gleich jetzt bei mir auftauchen. Wenn du in Lille bist, musst du Richtung Calais fahren. Na super, ey. Hatten? Ja, ich fahr hier die ganze Zeit in der Stadt hier herum. Lol. Und dachte, du musst hier... Achso, ja. Stimmt. Hm. Oh, ein Scania-Händler entdeckt. Schön. Ja, guck mal. Da hast du doch mal schon was... Ach, äh... Ja, nur miesen, ja? Wegen Spritkosten. Äh... Ja, jetzt muss ich mal wissen, äh... Wie komm ich jetzt nach Dingens hier hin? Scheiße, muss ich Möp gucken oder was, ey? Äh... Äh... Eigentlich ganz... Oh, lol! Pff. Calais. Ist nicht so weit weg von mir jetzt. Ja, ich weiß. Da muss ich grad hin. Ich muss aber tanken. Das heißt, du kannst aufholen. Bei welcher Tanke bist denn du? Na, die nach Lil. Ja, ich bin ja schon in Lil. Ja, und ich bin schon aus Lil längst raus. Achso. Na dann. Ich bin jetzt Verfolgungsseakt. Ich muss dich verfolgen, ne? Ja. Boah, Alter. Boah, da kam einfach einer, ey. Hui. H-U-N. Ich glaub, das ist ein Ungarer. Hm. Kann das sein? Ja. Gut, wirklich. Dann kann ich mal in echt mal Hallo sagen, ne? Weil die sind ja nicht so weit weg von mir. Können das so tun, ja. Na gut, äh... Jeden Tag, wenn ich in der Arbeit bin, grüß ich sogar einen Ungarer. Pfff. Jetzt ist er sicher gleich verstört, du Ulle. Aaaaah! Scheiße. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui hier geradeaus fahren können ist ja auch kein problem gewesen du musst auf die autobahn auf jeden fall immer der autobahn folgen naja jetzt habe ich halt sechs prozent der a16 musst du folgen ja ich habe schon längst auf die map geguckt ne glaubst du stört das den anderen wenn ich fernlicht an habe die ganze zeit nie oder die ganze fernlicht an ok also wenn ich gebannt werde dann verhaue ich mal den ulle doch wegen blenden also ein verrammen wird man dann schon auch mal gebanne da sind ja schäden die man dann davon trägt und fernlicht nicht in den augen du bist echt ein bob ein phantom ist vor mir mit der id 4 ich sehe dich auf der karte ich sehe dich auch ja weil ich gleich runter fahr dann sind wir wieder vereint ob du das in zehn kilometer und schaffst wir sind gleich wieder vereint kallis port da bist du schon verdammt bist du schnell ja ich bin schnell ihr habt das alle gehört wenn ich kanzüberschreitung ne ne mach ich nicht kurzer lag wo ist denn hier bitte ein radar du musst denn hier wo sein ne oh ja wir sind gelb ah da ist der radar ich sehe den sind 90 aber erlaubt ne jetzt sind es glaube ich jetzt sind es 50 dann bremse ich mal ab so jetzt gebe ich wieder vollgas ja ist klar geschwindigkeitsüberschreitung leck mich am sack doch wir können mal 2000 kilometer mal fahren jetzt das ist doch ne doch doch ne welche firma egal ich fahre werkstatt wollen wir es mit mbc oder so ne kacke ach so ja ach so ich könnte ja schon nachgucken was ich so hab ne rein theoretisch ja wenn du es dir merkst naja ich weiß nicht ob ich das schaffe ne arbeiteragentur habe ich gerade gefunden äh ich kann ne da vorne da vorne erst reinfahren hä ich seh dich aber nicht musst du auch nicht jawoll ja gut eingepackt dann bist du nicht bei n dingens bummens hier und was ist immer die gelben ach auch ne gelbe firma ist das muss man nicht kennen ne gelbe firma lkw heißt die oh kann ich auch gleich gucken hier sag mal an was hast du denn so ähm hier habe ich brattislova und äh nach kallen äh ok ich habe nämlich nach rotterdam mannheim verona schien und salzburg warte ich komme mal zu dir und dann schaue ich dort mal dann kannst du hier mal gucken mach mal platztausch weiß doch nicht wo du bist ja bei n b dingens bummens hier gleich daneben ach klar ich habe ja gedacht dass du hier eigentlich wärst aber ähm doch nicht ja ich habe vielleicht geguckt sorry da ist er joa schön der ulle na lol ist mir doch scheißegal wer schnell ist ich mache ja kein lkw rennen als hätte ich es nicht schon mal gemacht ne ist übrigens auf youtube ähm keine weiteren angaben äh luxemburg brüssel flixtone und ähm ja was was gröningen nach niederlanden alter was sind das für ne namen ey gröningen 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 ja ja ist ein schottland glaube ich ne ist aber niederlande naja damals niederlande ja ich habe immer noch nichts was du hast ich habe straßburg magdeburg und münchen und was hattest du hier wo ich jetzt bin äh warte warte wenn nicht dass wir doch etwas gemeint zu haben ja ja hast du dir das andere gemerkt ja ist nicht schwer es sind nur zwei gewesen und die wären ähm also wieder hier in dieser stadt und bratislava ja ja ist schon da ja ja so hier habe ich verona mannheim rotterdam Pfalzburg und Tschechien Ne, okay, haben wir doch nix Ne, aber du hast doch ordentlich in Niederlande gehabt, oder? Ja Was denn? Groningen Ja, dann machen wir das, oder? Ich guck mal, wo ist Groningen? Da ganz oben, in Niederlande Ich hab Rotterdam, das heißt Rotterdam zuerst und dann Groningen Rotterdam, da muss ich um den Weg fahren Ja, machen wir das Um den Weg, also bitte Das ist ein voller Umweg, ey Ah, da kann ich ein Boot fahren Hast du ein Glück, ey Und da hatte ich auch grad ein Glück, ne? Ich wär fast hier dagegen gefahren Ah Ich dachte, der Chat funktioniert bei mir nicht mehr Alles gut Alles super Ich hab ein Boot, ey, ich hab noch nie ein Boot Ey, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal Licht anschalten Weil das ist jetzt ein bisschen dunkel hier Also jetzt auch für die Zuschauer ein kurzer Cut Ich hab noch nie ein Boot Ich hab noch nie ein Boot Ich hab noch nie ein Boot